Und zwar komme ich dann direkt einfach zu unserem ersten Gast, Dr. Nathalie Leibach, und zwar vom Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik an der Landwirtschaftsfakultät der Uni Bonn. Genau, du kriegst dein eigenes Mikro, das ist bestimmt auch schon an. Komm gerne hier nach vorne zu uns, Dr. Nathalie Leibach von der Uni Bonn. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, hierher zu kommen und ein bisschen was über Landwirtschaft, über deine Forschung, die du da auch machst. Ich habe mir jetzt auch noch aufgeschrieben, was ihr an eurem Institut alles Tolles macht. Aber ich würde sagen, das darfst du gerne kurz selber zusammenfassen. Genau, also das kurz vorstellen und dann würde ich mit der ersten Frage einsteigen. Okay, versteht man mich gut, trotz des Mundschutzes? Okay, super gut. Dann erstmal vielen Dank für die Einführung und dass ihr euch hier wirklich immer noch regelmäßig mit dieser Beharrlichkeit trefft. Finde ich super cool, dass ihr das wieder macht. Genau, und vielleicht ganz, ganz kurz, also für den Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik. Witzigerweise sind wir, glaube ich, ist die GESA quasi auch daher, die heute gleich da kommen. Wir beschäftigen uns mit vielen verschiedenen Facetten, wie die Landwirtschaft und die wirtschaftlichen Zusammenhänge davon auf unser alltägliches Leben sich auswirken. Und ich jetzt vielleicht konkreter bin da drin in dem Projekt. Das nennt sich Sustainable Trade and Innovation Transfer in the Bio-Economy. Das beschäftigt sich mit Technologietransfer für biobasierte und nachwachsende Rohstoffe und wie das quasi politisch, ökonomisch und technologisch aussieht und ob das Ganze nachhaltig ist. Also wir gucken uns das auch an, wie die CO2-Bilanz dann am Ende von bestimmten Produkten nach Modellierung aussehen könnte. Ja, CO2-Bilanz ist gleich ein tolles Stichwort für die erste Frage. Das passt so, oder? Ja. Genau, CO2, die Landwirtschaft ist ja, also klar, Landwirtschaft gibt es überall. Landwirtschaft ist global und engagiert sich sowohl global im Klimaschutz, ist aber vielleicht oder ziemlich sicher auch für einiges für den Klimawandel auch mitverantwortlich und gleichzeitig aber auch sehr stark davon betroffen. Magst du den globalen Zusammenhang mit dem CO2 noch mal ganz kurz erläutern? Ja, genau. Also es gibt sehr, sehr viele Aspekte, wo die Landwirtschaft vom Klimawandel einerseits betroffen ist, aber auch dazu beiträgt. Ein bekanntes Beispiel sind sicherlich natürlich die Methanausstoßenden Kühe. Aber was viel, viel wichtiger ist und was gerade den globalen Zusammenhang hier illustriert, sind oft auch Landnutzungseffekte. Das heißt, was wir hier essen, braucht Land in ganz anderen Ländern, teilweise auch Kontinenten. Soja zum Beispiel wird in der EU nur ganz wenig angebaut, kommt viel aus Brasilien, kommt aus China. Gleichzeitig wird das Soja oder ist die EU zum Beispiel einer der größten Importeure für Soja, vor allen Dingen für die Produktion von Fleisch, also für die Fütterung von Rindern, von Schweinen und von Hühnern. Das ist ein ganz essentieller Beitrag. Warum ist das ein krasser Faktor für Treibhausgas? Das ist Landnutzung. Das weiß jeder, hat oft zur Folge oder eine intensivere Landnutzung, dass man quasi bestehende Kohlenstoff senken und Sauerstoffproduzenten wie tropischer Regenwald und andere Naturfälder dafür abgeholzt werden. Deswegen ist das halt so ein krasser Effekt und deswegen ist das was, was man auch immer mit berücksichtigen muss, wenn man sich beschäftigt mit der CO2-Bilanz von Nahrungsmitteln und von der Landwirtschaft. Ja genau, da kommen wir ja gerade schon quasi in das andere Thema, was wir nachher mit GESA noch besprechen werden, mit unserer Ernährung. Stichwort Konsum von tierischen Lebensmitteln. Nahrungsmitteln. Jetzt hast du gesagt, also dass der Klimawandel hat ja auch einen Effekt, das hatten wir jetzt gerade schon festgestellt, auch durch die riesigen Flächen, die umgenutzt werden sozusagen. Wo können wir da, wo ist jetzt da die Nachhaltigkeit sozusagen? Also man könnte ja auch sagen, naja, aber wir brauchen ja die Flächen, also wir brauchen ja die Nahrungsmittel, um uns zu ernähren. Also Stichwort sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Was können wir da denn eigentlich tun? Also da gibt es verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist Flächen zu nutzen, wo wir jetzt im Moment gerade sagen, okay, das sind nicht mehr nutzbare Böden, da sind keine Nährstoffe mehr drin, das geht nicht mehr. Das wäre eine Möglichkeit in der Pflanzenzüchtung und darauf hinzuarbeiten, dass man diese Flächen mit Pflanzen wieder nutzen kann oder auch auf Pflanzensorten umzusteigen, die nicht so anspruchsvoll sind, was das angeht. Also Beispiele sind zum Beispiel Amaranth und Quinoa, die sind wesentlich weniger anspruchsvoller, was Nährstoffe angeht, als andere Pflanzen, Nutzpflanzen und die man trotzdem dann eventuell noch nutzen könnte. Andere Sachen, um das Ganze ein bisschen zu vermindern, sind natürlich auch so ein bisschen ganzheitliche Ansätze. Also es wird in der Forschung mittlerweile viel auf, nicht nur auf die Pflanze alleine geguckt, sondern was hat sie für andere Interaktionen mit der Umwelt. Also dass die Bakterien, die die Pflanzen mit Nährstoff versorgen im Boden, Bodengesundheit ist dann ein Stichwort, was wichtig ist. Man braucht halt, das Wichtige dabei ist, ist eben die gesamtheitliche Betrachtung von der Landwirtschaft als Ökosystem und nicht mehr nur als, da ist ein Acker und da steht eine Pflanze drauf und vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Wetter, sondern man muss das Ganze eben ganzheitlich betrachten, sich umschauen in der pflanzlichen Biodiversität, die wir haben, zu gucken, was gibt es für Sorten, die vielleicht besser angepasst sind an bestimmte Bedingungen, um eine gewisse Flexibilität auch in der Landwirtschaft zu gewährleisten. Und eben auch zusätzlich vielleicht mit, das haben vielleicht auch schon mal viele gehört, so Liguminosen, das sind zum Beispiel Bohnen oder andere Pflanzen oder aber auch Klee, die fixieren Stickstoff im Boden. Stickstoff ist wiederum sehr wichtig für, ein wichtiger Nährstoff für die Pflanzenernährung, das heißt, wenn man die zusammen mit anderen Pflanzen auf demselben Acker anhat, braucht man weniger Dünger. Da gibt es auch schon viel Falsch. Ja, da fallen mir gleich zwei Stichworte ein, eins wäre Monokultur, da würde ich gleich nochmal zu fragen, aber nur nochmal zum Verständnis, die Böden, von denen du gerade gesprochen hast, die ja schon sehr nährstoffarm sind, das sind sie in meinem Verständnis schon auch durch die Landwirtschaft sozusagen, oder? Durch die Übernutzung schon oder woher kommen die schlechten Böden sozusagen? Also da gibt es auch verschiedene Gründe wieder für. Einer ist natürlich auch die Übernutzung von bestimmten Böden in dadurch andauernde, sehr intensive Landwirtschaft. Das ist sicherlich ein Faktor. Ein Faktor ist, davon auch der Klimawandel, wenn es zum Beispiel zu trocken wird und die klimatischen Bedingungen sich verändern, oder Versalzung von Böden ist auch ein anderes Stichwort. Das kann auch durch klimatische Veränderungen entstehen. Das sind auch wieder verschiedene Sachen. Und Stichwort, was hatte ich gerade noch gesagt? Monokultur? Monokultur. Genau, weil du gerade sagtest, man könnte, man sollte besser vielleicht verschiedene Pflanzen kombinieren. Würde das dann auch den Ertrag steigern und gleichzeitig wäre das gut für die Böden, oder? Also das ist auch eine Frage, die lässt sich jetzt auch nicht so ganz so einfach leider beantworten. Es gibt viel Forschung dazu, wo man solche Ansätze verfolgt und guckt, wie sind eben solche, ich sag mal so, Fruchtfolgen. Das ist aber auch kein neues Prinzip, das gibt es schon länger, dass man das macht. Also wechseljährig quasi verschiedene Pflanzensorten auf den Böden anbaut. Und dann ist es aber so, dass wenn man halt über die lange Jahre mit der Böden, werden halt sehr viele Pflanzen aus dem Nährstoff gezogen. Das heißt, wenn man jetzt hingehen würde und sich vielleicht im Vorfeld besser darüber informieren würde, was man halt für einen Boden hat, was der braucht, was da drin ist. Auch an anderen Organismen und dann sich besser überlegt, was für Pflanzen macht es Sinn, dort anzubauen. Auch eben vielleicht in Kombination mit anderen Pflanzen, nicht nur als Monokultur, dann kann das funktionieren. Man muss aber gleichzeitig sagen, dass der Anbau von Monokulturen natürlich für die landwirtschaftliche Praxis, dass wenn man jetzt mal aus der Perspektive der Landwirte schaut, natürlich das alles viel einfacher macht. Also wenn man eine Pflanzensorte hat, kann man sich vorstellen, ist das halt in der Ernte viel einfacher, da wirklich die Ernte durchzuführen, als wenn man jetzt verschiedene große Pflanzen nebeneinander hat. Da kann man dann auch schon wieder nicht auf Maschinen so gut zurückgreifen. Also man muss halt immer so ein bisschen abwägen. Aber generell gehen halt die neueren Ansätze wirklich auf eine systemischere Denker, die das ganze Ökosystem mit einbeziehen, hinweg von diesem Ansatz. Spannend. Jetzt hattest du ja vorhin schon auch Stichwort Quinoa und Avarant erwähnt. Ich stelle jetzt die Hypothese auf, in Europa wird es sozusagen immer trockener, was wir jetzt ja auch leider die letzten Jahre erleben. Was werden wir also in Zukunft für Pflanzen anbauen? Werden wir vielleicht in Zukunft ganz viel Quinoa anbauen in Europa? Also das passiert tatsächlich immer mehr, dass es Versuche zum Beispiel gibt, auch andere Pflanzen, die jetzt hier immer, die vielleicht schlechter mit den Bedingungen klarkommen und woanders schon in ähnlich, oder in Regionen angebaut werden, wo es wärmer ist. Das ist ein Beispiel, das passiert immer mehr. Es gibt aber natürlich viele andere Optionen. Es gibt noch, es gibt Hirse. Dann kenne ich ein Forschungsprojekt, das beschäftigt sich mit chinesischer Yam. Das ist eine Pflanze, die hat einen sehr hohen Stärkegehalt, wird aber vorwiegend im asiatischen Raum angebaut. Das ist auch eine Möglichkeit, hier zu pflanzen. Also das Wichtige ist, dass man, glaube ich, sich einerseits die Diversität anguckt, andererseits aber viel mehr Forschung betreibt, wie können bestimmte Eigenschaften auf bestimmte Umweltreaktionen reagieren. Und was man halt auch macht, ist zum Beispiel, sich alte oder noch nicht sehr hochgezüchtete Pflanzensorten anzugucken und deren Eigenschaften wieder in die Kultursorten einzuzüchten, um eben darüber halt auch wieder so ein bisschen mehr Resilienz in die Pflanzen reinzubekommen. Weil das halt auch vielleicht ein Punkt ist, es gibt halt nicht wahrscheinlich nur mehr Trockenheit, sondern auch extremere Wetterverhältnisse. Also es wird wahrscheinlich trotzdem immer noch kalt werden, auch wenn es insgesamt wärmer wird. Okay, also das ist noch nicht entschieden sozusagen. Und wir verlagern so ein bisschen den Fokus, das war gerade schon interessant, Stichwort Wissenschaft, und so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Also was ist denn jetzt sozusagen eigentlich das, oder wie forscht ihr? Also wie versucht ihr herauszufinden, okay, was sind jetzt gute Pflanzen, was funktionieren nicht so gut? Ich höre ja immer wieder raus, es ist ja klar in der Wissenschaft, es ist immer alles nicht so deutlich, sondern da muss man immer verschiedenste Faktoren berücksichtigen. Wie geht ihr damit in der Praxis so? Steht ihr wirklich so auf dem Feld und habt dann eure Versuchsfeldchen, oder wie funktioniert das? Das ist auch wieder ein breites Spektrum. Das eine ist, es geht quasi vom Labor, von der Petrischale bis hin zum Versuchsfeld. Letztlich ist es so, man guckt sich erstmal kleinere Sachen wirklich im Gewächshaus an, vergleicht verschiedene Pflanzen miteinander mit verschiedenen Eigenschaften. In der Forschung benutzt man auch gentechnische Methoden, um diesen direkten Zugang, und das halt einfacher zu gestalten und um konkret sich mit einer Eigenschaft auseinanderzusetzen. Man macht aber auch Mutagenese und guckt dann da weiter. Also das heißt, man führt wirklich kontrollierte Bedingungen ein, wo man genau weiß, was ist zum Beispiel in der Erde drin für Nährstoffe, wie warm ist es im Gewächshaus, was für Bakterien sind vielleicht auch mit in der Erde drin und so weiter, oder was für eine Pflanzensorte ist das, oder man weiß, das sind die kontrollierten Bedingungen ganz genau. Aber um dann hinterher natürlich eine Pflanze zu haben, die wirklich auf dem Acker langen, muss man natürlich ins Feld gehen und Feldversuche starten. Das heißt also, man geht dann auch wirklich aufs Feld, baut verschiedene Pflanzen auf einem erstmal kleineren Versuchsfeld an, guckt, welche Sorten kommen da zum Beispiel überhaupt klar, wenn man jetzt wirklich zum Beispiel wie bei der Jams oder anderen Pflanzen, genau, ob die überhaupt hier gut wachsen bei den Bedingungen. Und das geht dann halt bis hin zu wirklich sehr großen Versuchsfeldern, die wirklich großflächig hektarweise verschiedene Pflanzensorten miteinander vergleichen. Vielleicht teilweise auch an verschiedenen Böden oder eben auch verschiedene Formen. Also es gibt auch viel Forschung dazu, wo man wirklich konventionellen Landbau direkt mit ökologischem Landbau vergleicht, genau, um dann halt zu gucken, wenn man es direkt nebeneinander macht, wie sieht es denn dann aus? Oh ja, spannend. Da kommen wir auf jeden Fall gleich auch nochmal zu. Mit den Böden nochmal, also ihr bestimmt ja sozusagen dann vorher genau, was ist das jetzt für ein Boden? Jetzt, also ich meine, ich habe mal Geografie studiert, das heißt, ich habe da tatsächlich auch mal ein Modul Bodenkunde belegt, aber wenn man jetzt so normal unterwegs ist, denkt man so, irgendwie Boden ist Boden. Aber das ist natürlich nicht so. Also wie unterscheidet ihr da die Böden oder was ist da der, so für das allgemeine Publikum, sage ich jetzt mal? Also da gibt es natürlich also viele spezifische Unterscheidungsmöglichkeiten, aber es gibt zum Beispiel halt sehr Humusböden, also sehr nährstoffhaltige Böden. Dann gibt es wieder sehr sandige Böden, die zum Beispiel die Eigenschaft haben, dass man, dass halt Pflanzen, die zum Beispiel sehr großes Wurzelnetzwerk haben und dicke Wurzeln sich darin sehr wohlfühlen. Genau, zum Beispiel sowas. Oder dann gibt es natürlich auch eben sehr trockene, lehmhaltige Böden. Das sind halt so diese ganz groben Beschaffenheiten. Dann gibt es, dann ist der Salz gehalten, ein wichtiger Faktor im Boden auch. Das messt ihr dann alles vorher und versucht, verschiedene Böden zu finden und da die gleiche Pflanze anzubauen und dann zu gucken, wie die sich verhalten. Genau, also in der Regel ist es so, dass man dann mit anderen Forschern kooperiert, die darauf spezialisiert sind, halt den Mineralstoffgehalt im Boden zu messen. Dann nimmt man dann Bodenproben und schickt die dann entweg und dann werden eben genau diese Gehalte und die Leitfähigkeit der Böden und so weiter alles überprüft. Ja, cool. Und da eine letzte Frage zu dem Thema. Kooperiert ihr ja auch mit Bauern dann wahrscheinlich, sozusagen die das für euch anbauen, also die das dann in der Praxis für euch ausprobieren oder wie? Oder habt ihr denn selber die Versuchsflächen? Das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Das kommt immer sehr auf die Versuche an. Also es gibt immer kleinere Versuchsfelder, wo ich auch das, da habe ich auch eigene Erfahrungen mit von. Also das ist wirklich so ein kleines Stück Acker, das wirklich vielleicht so groß ist, keine Ahnung, kleiner als dieser Münsterplatz, vielleicht einmal hier so ein... Einmal unser Bereich hier. Ja, genau, so ungefähr, genau, wo man dann halt so die ersten wirklich Forschungsversuche macht. Wenn man da natürlich größer reingeht, also was viel gemacht wird, ist mit, da habe ich auch selber mit im Projekt drin, wo man mit wirklich Züchtern, also Pflanzenzüchtern, die sich darauf spezialisiert haben, eben den Landwirten Sorten anzubieten, die haben dann auch eigene Flächen, um sich das halt im größeren Maßstab dann anzugucken. Manchmal, wenn man es schafft, in so ein Kooperationsprojekt mit Landwirten zu gehen, dann hat man da auch Zugriff drauf, aber das ist natürlich schwierig. Aber was zum Beispiel die Uni Bonn hat, die hat einen riesigen, den Campus Klein-Altendorf, wo halt auch viel größere Ackerflächen zur Verfügung stehen, zusätzlich zu Gewächsfäusern und so weiter. Genau, das ist aber nicht selbstverständlich, das ist halt, weil es hier eine landwirtschaftliche Fakultät gibt. Und die ist auch, sag ich mal, im Vergleich zu anderen Fakultäten dieser Art, so in der Größe, hört eher zu den größeren, also mit eigenem Land dabei? Genau, also die landwirtschaftliche Fakultät der Uni Bonn ist schon recht groß, es gibt sowieso nicht so viele in Universitäten, die genau diesen Fokus haben. Gut, dann würde ich zum abschließenden Thema so biologische versus konventionelle Landwirtschaft kommen, das ist natürlich hier bei der Klimawaffe wahrscheinlich ein sehr beliebtes Thema. Jetzt auch wieder eine These sozusagen, dass sich vielleicht konventionelle und ökologische Landwirtschaft unterscheiden in ihrer Fähigkeit, sich an den Klimawandel anzupassen. Wer liegt da vorne im Rennen? Naja, das kann man so ohne weiteres auch nicht sagen, es ist natürlich sehr schwierig. Es gibt unterschiedliche Sachen, die man berücksichtigen muss. Was man teilweise gesehen hat, ist dadurch, dass, ich sag mal, so die Böden teilweise durch, dadurch, dass die nicht so ganz geschädigt sind durch zum Beispiel Pestizide und so weiter, dass das Mikrobiom, also die kleinen Organismen, die im Boden leben und für die Pflanzenversorgung wichtig sind, teilweise ein bisschen besser noch beschaffen sind beim ökologischen Landbau und dadurch die Aufnahmefähigkeit von Wasser im Boden ein bisschen besser ist, weswegen der ökologische Landbau manchmal besser auf Trockenheit reagieren kann. Das kann man aber auch nicht so pauschalisieren, weil zum Beispiel auch mit Honas und Konventionellen natürlich, also die Pflanzenzüchtung hat da halt viel mehr Möglichkeiten, um durch resilientere Pflanzensorten dann darauf zu reagieren. Und was ich sowieso finde, das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, dass das dieses Schwarz-Weiß-Ding in konventionell und ökologisch vielleicht gar nicht das ist, was uns am Ende wirklich weiterbringt, sondern man muss wirklich das, was man weiß, aus dem ökologischen Landbau, das ein bisschen das Ökosystem mit einzubeziehen und weiter diesen Systemgedanken in der Landwirtschaft zu verfestigen, das muss man weiter betrachten. Wenn es aber Sachen gibt, die aus dem konventionellen Landbau vielleicht auch, was vielversprechend sind und das halt klar ist, dass das nicht irgendwie einen übermäßigen Dünger oder Pestizid oder was weiß ich Verbrauch beinhaltet, sondern das sogar reduzieren kann, wenn man da gute Konzepte findet, dann finde ich, ist das eher der Weg, den man gehen muss. Also, dass man nicht dieses Lagerdenken hat, sondern sagen muss, eigentlich müssen wir gucken, wie kann es am besten zusammengehen. Das heißt also eher noch unentschieden, eher sogar am besten die Synthese, also die Verbindung aus beiden Sachen irgendwie suchen. Hast du denn, was sind denn verschiedene Herausforderungen? Also, wer hat jetzt die konventionelle Landwirtschaft, hat wahrscheinlich andere Herausforderungen im Klimawandel als jetzt die biologische, biodynamische Landwirtschaft. Hast du da noch was, was dir so spontan jetzt doch nochmal im Gegensatz sozusagen einfällt? Also, da gibt es auch wieder, also es ist zum Beispiel ja so, wenn man jetzt zum Beispiel einen höheren Insektenbefall von neuen Insekten, die hier nicht heimisch waren, hat, dann hat natürlich zum Beispiel der konventionelle Landbau schnellere Methoden, um darauf zu reagieren und die Ernten dann zu schützen. Zusätzlich ist es so, dass jetzt bei akuter Trockenheit vielleicht der ökologische Landbau etwas vielleicht besser in Teilen angepasst ist. Andersrum ist bei dem konventionellen halt der Ertrag immer noch auch höher. Also, das heißt, wenn man jetzt Sorten verwendet, die zum Beispiel sehr ertragreich sind und die mit, also ich sage, ich sage, lieber nachhaltige Landwirtschaft anbaut, dann könnte man sicherlich da auch wirklich einen guten Weg ebnen. Also, wie gesagt, ich tue mich da wirklich sehr, sehr schwer mit, weil das, also aus meiner Forscherperspektive bin ich wirklich sehr für diese Synthese und dass man sich wirklich anguckt, was ist sinnvoll, was ist nachhaltig mit Hilfe von Forschung und dass man diese Sachen zusammenbringt, um dann hinterher dafür, ja, für eine nachhaltige und aber doch ausreichende Ernährung weltweit zu sorgen. Also, das Gute sozusagen aus beiden Welten verbinden. Dein Auftrag als Wissenschaftlerin an der Uni Bonn. Vielen Dank, Dr. Nathalie Leibach, dass du heute Abend hier bei uns warst. Ich hoffe, du bleibst noch ein bisschen und hörst dir den Gästen auch noch an. Vielen Dank.